hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von ultimate adventure wir entdecken heute eine weitere region und zwar sind wir in der schweiz unterwegs um genau zu sein in davos wir laufen gerade zu fünft auf dem flüller pass und suchen uns den weg aufs schwarzhorn wir haben jetzt anfang november es hat gestern etwas geschneen wir haben hier oben vielleicht 15 zentimeter schnee und wir versuchen jetzt mal auf den gipfel da hoch zu kommen so 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 So, wir haben mittlerweile die ersten Kernen hinter uns gelassen, oder einige Kernen hinter uns gelassen. Kurz zur Beschreibung, man muss von, wenn der Flüderpass ganz oben ist, Richtung Zernetz noch einen guten Kilometer runterlaufen auf der Straße oder daneben und dann geht es rechts den Weg rein. Mit dem Schnee mittlerweile sind nicht ganz 15, sondern eher so 30 cm oder eher 40 cm. Aber wir kommen hier ganz gut durch, es geht zwar langsam, aber wir kommen langsam und stetig hier durch. So, wir haben mittlerweile ca. 2 Drittel vom Weg hinter uns, wir sehen den Gipfel mittlerweile schon vor uns. Das Wetter ist wirklich herrlich. Einziges Problem, wenn die Sonne rauskommt, wird es zu warm. Wenn sie wieder weg ist, wird es kalt. Aber ansonsten, man sieht schön hinter uns, wo wir da im Zickzack hochgekommen sind und dann von da hinten rum vom Fühlerpass hochgelaufen sind. Und zum Weg, also man sieht aktuell noch, wo der Weg verläuft. Ab und zu sieht man auch die rot-weißen Striche, wo es lang geht. Also aktuell ist mit der Wegfindung noch ganz passabel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.